Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts. Episode Nummer 78, heute mit dem Titel Gefährliche Faszination. Ich hoffe wie immer, dass es euch gut geht und ich hoffe, ihr hattet eine wunderschöne Woche oder eigentlich jetzt wunderschöne zwei Wochen, könnte man sagen, und habt doch ein paar Touren umsetzen können, bevor ja jetzt der große Wintereinbruch kam. Es liegt ja überall jetzt massig Schnee und ich kann versprechen, naja gut, versprechen kann ich es eigentlich nicht, aber ich kann mit einer gewissen Sicherheit auch sagen, dass dieser Schnee zumindest in den niedrigeren Lagen nochmal verschwinden wird. Also keine Sorge, liebe Herbstwanderer da draußen und Herbstbergsteiger, es wird auch nochmal eine schneefreie Zeit dieses Jahr kommen, zumindest wenn man so unter die 2500 Meter schaut oder 2200 Meter, so um den Dreh herum, da wird nochmal der ganze Schnee verschwinden und da wird man dann immer noch schöne trockene Touren gehen können, zumindest für eine kurze Weile in diesem Jahr wird es dann noch möglich sein. Aber klar, eins ist sicher, der Sommer ist vorbei, das hat sich jetzt ja wirklich angekündigt, mit ordentlich Schneefall, teilweise 25 Zentimeter Neuschnee und das abseits jeglicher Gletscher oder abseits des Hochgebirges, wir reden hier ja wirklich vom Mittelgebirge, aber das ist eben so, Mitte September, ja, da wird es eben kalt und wenn es dann anfängt zu regnen, dann ist das eben oben dann Schnee. Die Ski auszupacken oder die Schneeschuhe, das jedenfalls lohnt sich noch nicht. Ich möchte an dieser Stelle auch wirklich appellieren an alle Skitourengeher und an alle Schneeschuhgeher, macht das jetzt einfach nicht, also Schneeschuhgeher sind wahrscheinlich jetzt ohnehin noch keine unterwegs, aber ich habe schon vereinzelt Postings gesehen, wo dann am ersten Tag nach dem Neuschnee die Leute mit den Tourenski irgendwo hochgelaufen sind, eigentlich eh schon halb durchs Gemüse und dann irgendwo noch runtergefahren sind, wo es, ja, wo ein bisschen Neuschnee drauf lag, aber wie gesagt, wir reden hier von 20, 25 Zentimetern und das Einzige, was ihr damit erreicht, ist, dass ihr die Flora und Fauna, also die gesamte Vegetation, die Tiere unter diesem Neuschnee eigentlich alle zerstört oder tötet. Das liegt einfach daran, dass ihr mit den Kanten des Skis so tief in diesen, unter Anführungszeichen, Schnee einbrecht, dass das dann letztlich dazu führt, dass man im Prinzip wie so ein Rasenmäher funktioniert, also die scharfe Kante der Ski, die sägt dann im Prinzip über diese Wiesen richtig drüber und sorgt für tiefe Schneisen in der Vegetation und das ist einfach nicht notwendig. Wir können uns jetzt noch zwei, drei Monate zurückhalten und geduldig sein, bis wir dann einfach sicher und vernünftig mit den Skiern die Berge hoch können, ohne dass wir irgendwas zerstören müssen oder ohne dass wir irgendjemanden, irgendwelche Pflanzen dadurch gefährden, die ja vielleicht an manchen Stellen ja doch schon eher selten sind und wir sehen sie einfach nicht, weil sie eben unter dieser zarten, dünnen Neuschneeschicht begraben sind. Aber um das soll es heute eigentlich gar nicht gehen, es soll heute um die Faszination, um diese gefährliche Faszination gehen, nämlich das Bergsteigen. Ich habe in den letzten Tagen und Wochen immer mal wieder so Kurzfilme gesehen oder auch ein bisschen längere Filme kann man sagen, so am Abend, wenn mal kurz Zeit war. Da habe ich mir dann auf YouTube vor allen Dingen so Filme angesehen, die manchmal Veranstalter oder auch Hersteller produzieren lassen, um sozusagen Werbung für die eigene Marke zu machen. Ganz berühmte Filme dabei sind ja zum Beispiel von Patagonia, da gibt es ja diese Filme wie Redpoint oder das war ja dann mit Alex Megos, da gab es dann auch nochmal eine Fortsetzung. Also da gibt es ja viele Filme auch von anderen Herstellern, von Eddie Bauer über eine K2-Expedition und so weiter, die dienen hauptsächlich der Vermarktung der eigenen Firma und der eigenen Produkte. Aber unterm Strich sind sie ja trotzdem, das muss man ja ganz ehrlich so sagen, gute Filme oder teilweise gute Filme, cineastisch sehr, sehr gut gemacht und erzählerisch auch sehr gut gemacht. Und da geht es ja dann wirklich meistens um sehr spannende Dinge, denn man möchte ja natürlich die Zielgruppe erreichen und man möchte ja seine Produkte möglichst gut in Szene setzen. Aber natürlich ist es so, dass bei diesen Promotion-Filmen oftmals zwar sehr eindrückliche Bilder gezeigt werden, aber dann manchmal sehr stark mit Kontext gespart wird. Eine Firma, die das ein bisschen besser macht, ist Patagonia. Die versuchen bei ihren Filmen wirklich auch so ein bisschen den Weg zu zeigen und nicht nur im Prinzip dann das Abenteuer für sich selbst. Das haben sie bei Redpoint sehr gut gemacht, finde ich. Da haben sie so ein bisschen hinter die Kulissen von Alex Megos geblickt, aber auch von The Scale of Hope, der jetzt sehr neu rauskam von Patagonia. Da war es ja auch so, dass so ein bisschen diese Struggles gezeigt wurden, der Weg dorthin, die Probleme, die Herausforderungen und so weiter. Also Patagonia macht das da schon ein bisschen besser. Nicht so gut finde ich das bei Eddie Bauer oder bei Sony. Die machen auch solche Bergfilme und die sind teilweise nicht ganz so differenziert und nicht ganz so ganzheitlich produziert, wie das bei anderen Herstellern eben der Fall ist. Aber was sie alle miteinander gemein haben, ist eigentlich dieses Zeigen von unfassbar eindrücklichen Bildern, von unfassbar eindrücklichen Momenten. Und es soll heute nicht konkret um den Film, Bergsport Film oder sonst was gehen, denn das haben wir schon mal besprochen bei der Episode Film Up. Und in dieser haben wir ja mehr darüber gesprochen, wie sich eigentlich der Film zusammensetzt, so Bergsportfilme funktionieren, warum sie so gut funktionieren. Aber heute soll es eigentlich mehr darum gehen, was für Schlüsse daraus gezogen werden manchmal und warum das gar nicht mal so ungefährlich ist und wie man das ganz konkret auch beobachten kann. Ich möchte dazu erstmal eine kleine Reise zurück machen. Ich glaube, es war im Jahr 2019, da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Das war der Film von Alex Honnold, Free Solo. Und der kam, nein, 2018, Entschuldigung. Ja, die Zeit vergeht, das ist schon fast gruselig. Und das war der Film Free Solo und ich saß damals im Kino und habe mir den angesehen. Ich kannte Alex Honnold zuvor schon aufgrund seiner Moonlight Budgets-Besteigung. Da hat man schon mal von ihm gehört, wenn man innerhalb dieser Szene steckte. Aber viele Leute hatten mit Alex Honnold eigentlich keinerlei Berührung, die dann in die Kinos ging. Es war ja klar durch den Trailer, okay, es geht um jemanden, der wahnsinnig hochklettert und das vollkommen ohne Seil. Es wurde dramaturgisch so aufbereitet, dass es heißt, okay, wenn er jetzt hier abstürzt, dann ist er einfach tot. Es gibt keine Hintersicherung, es gibt keinen doppelten Boden quasi. Es gibt nur ihn und die Wand und seinen Jockback und die Kletterschuhe und damit muss er zurechtkommen und das über die nächsten Stunden. Das alles war extrem dramatisch aufbereitet, aber gleichzeitig haben die Menschen im Kino den Eindruck gemacht, als fänden sie das nicht nur dramatisch oder faszinierend, sondern vor allen Dingen auch sehr inspirierend. Und natürlich in abgewandelter Form, also nicht alle Leute, die da jetzt dann saßen, haben gesagt, so, Free Solo klettern, El Capitan, ich komme. Das war nicht der Fall. Was viel mehr der Fall war, ist, dass die Leute danach sich so ein bisschen unterhalten haben und man hat diese Konversationen zwischen den Paaren und den Freundeskreisen und so weiter, die da waren, so ein bisschen mitbekommen und die haben gesagt, ja, ich, boah, also ich habe ja eigentlich mit Klettern bis jetzt nichts am Hut gehabt, aber jetzt, boah, das war schon cool und diese Bilder und die Aussicht und die Berge und da will ich auch mal hin und ich will auch mal so klettern und ich fange jetzt vielleicht auch mit dem Klettern an. Und selbstverständlich haben nicht alle, die da so gesprochen haben, auch wirklich dann mit dem Klettern begonnen. Davon brauchen wir auch gar nicht ausgehen. Was ich aber sehr interessant finde, ist, dass dann doch ein gewisser Zulauf zum Klettern stattfand. Also Alex Honnold hat mit seinem 2018 erschienenen Film viel mehr erreicht, als einfach nur seine eigene Persönlichkeit zu vermarkten und sein Tun oder seine Aktionen zu vermarkten. Er hat es geschafft, Menschen zu einem Sport zu bewegen und zu inspirieren und zum Nachdenken zu bringen. Und es wurden Kontroversen und Debatten gestartet über Free Solo Klettern und darf man das und ist das nicht zu gefährlich und so weiter. Da steckte so viel mehr dahinter als einfach nur eine Self-Promotion. Das alles hat sich teilweise natürlich auch von selbst in Gang gesetzt. Da war er nicht eher so direkt konkret daran beteiligt, sondern viel mehr vielleicht auch die Medienreaktionen oder die Reaktionen, die bei den Zuschauerinnen und Zuschauern hervorgerufen wurden. Aber unterm Strich kann man sagen, es gab schon einige Leute, die gesagt haben nach diesem Film, naja, Klettern, das schaue ich mir mal an. Und man kann auch beobachten, in den letzten Jahren, dieser Zustrom zum Klettersport, der wird auch durch solche Filme angefeuert. Dieses Klettern gehen, das wird immer beliebter, auch auf YouTube. Es gibt immer mehr Filme und Kurzfilme, wie gesagt, von Firmen und die alle wirken immer sehr beeindruckend. Und genau das führt dann dazu, dass sich auch immer mehr Leute mit dem Thema auseinandersetzen. Ich will nicht auf eine direkte Verknüpfung zwischen ich sehe was im Film und Fernsehen und mache das jetzt nach hinaus. Ich möchte nur sagen, dass es eine gewisse Verbindung, eine sehr indirekte Verbindung gibt, dass wir Menschen uns einfach sehr schnell inspirieren lassen, was ja in dem Sinne nichts Schlechtes ist. Aber es führt quasi über Umwege dann letztlich zu Handlungen und zu neuen Ideen und zu neuen Möglichkeiten, was man so in seiner Freizeit machen könnte und so weiter. So, wieso sagt jetzt eigentlich der Pessimist und dieser Kasper, der Sebastian, eigentlich jetzt schon wieder, dass das gefährlich ist? Das ist doch eigentlich was Gutes und was Schönes und da muss ich vollinhaltlich zustimmen. Es ist was Gutes und was Schönes. Aber es gibt einen kleinen Nachsatz dem, dass ich glaube nicht, dass es nur wunderschön ist, sondern dass die Gefahr ein Faktor ist, den man bedenken sollte, der aber sehr, sehr subtil ist und deswegen nicht auffällt. Besonders aufgefallen ist mir das eigentlich in letzter Zeit so mit Filmen, die rauskamen, die sehr ins Extreme glitten. The Alpinist, ein Film, wo es wirklich um das absolut Äußerste des Gefahrenpotenzials und der Möglichkeiten für den Menschen geht. Wie sehr kann man sich quasi noch in unglaubliche Gefahren bringen und in sehr irrationale Gefahren teilweise auch mit Marc-André Leclerc. Aber auch zum Beispiel, wie er jetzt kürzlich erschienen ist mit, ich bin mir jetzt leider gerade nicht sicher, wie sie heißt. Ich glaube, ihr Name war Molly Kawahata, die Climate Advisor vom Weißen Haus, die eben The Scale of Hope gedreht hat, zusammen mit Patagonia. Das sind alles Clips, die unfassbar gefährliche Abenteuer teilweise darstellen. Und selbst wenn in diesen Filmen teilweise auch der Disclaimer kommt, also in The Alpinist war es jetzt nicht, aber in der Geschichte The Scale of Hope schon, diese Disclaimer dargestellt werden, okay, das ist schon gefährlich, was wir hier machen. Selbst wenn man das mit einbezieht in diese Frage, soll man das auch machen oder will man auch diesen Sport betreiben, die Bilder, die da präsentiert werden, die sind natürlich etwas, was gerne nachgeahmt werden möchte. Das ist etwas Bombastisches, das sind unfassbare Eindrücke, Aufnahmen aus Alaska oder Aufnahmen aus dem Himalaya oder sonst was. Da will man dann auch gerne hin. Wenn wir uns jetzt eine Welt ausmalen, in der wir keine Ahnung hätten, wie es dort aussieht, in der wir keine Ahnung haben, wie sich Menschen dort fortbewegen, weil dieses bewegte Bild eben sehr mächtig ist, das müssen wir uns auch mal vor Augen halten, dass das Bewegtbild eine mächtige Sprache ist, ein mächtiges Mittel der Kommunikation ist. Und auch die Art, wie wir dieses Bewegtbild dann nochmal untermalen, ob wir es sozusagen mit einem Voice-Over kommentieren oder ob wir nur Musik dramatisch oder fröhlich dahinter legen, das alles macht dann nochmal was mit dem Bewegtbild. Da kann man sehr viel manipulieren und das gar nicht im negativen Sinne, sondern ganz neutral formuliert manipulieren im Sinne von, man kann sehr viel verändern und man kann sehr viel beeinflussen, wie etwas wahrgenommen wird und wie etwas aufgenommen wird. Das alles muss man aber berücksichtigen und dann kann man sich die Frage stellen, wenn man in einer Welt wäre, in der es das alles nicht gäbe, wie würden wir eigentlich draufkommen, dass das Himalaya-Gebirge oder Alaska solche erstrebenswerten Ziele für uns sind. Denn viele Leute heute, die im Bergsport anfangen, gerade unter uns Jüngeren, ist das eine sehr beliebte Krankheit. Da kommen sehr viele Leute nämlich auf mich zu und fragen mich diesbezüglich Sachen und bitten mich um Rat oder um Ideen. Deswegen kann ich das auch ganz gut erkennen und ganz gut sehen, weil es sehr direkt vor mir ist. Wir haben ein Ziel, ein unfassbar weit entferntes Ziel, irgendwo extremes Eisklettern im Himalaya oder in Alaska und dieses Ziel möchten wir jetzt erreichen, denn wir haben es ja irgendwo aufgeschnappt. Wir haben die Inspiration durch einen bombastischen Film, durch einen Film wie Nanga Parbat oder einen Film wie The Scale of Hope und so weiter gesehen und wollen das jetzt in gewisser Weise imitieren. Wir wollen uns die indirekt auch in diese Situation begeben, weil wir ganz unterbewusst ja auch verknüpfen können, okay, diese Menschen sind jetzt vielleicht berühmt oder vielleicht bekannt oder wir verehren sie in gewisser Weise, weil sie, also in einem sehr geringen Ausmaß natürlich, weil sie eine Leistung vollbracht haben, der wir gegenüber sehr viel Respekt zollen und dementsprechend sie sehr beachtenswert finden. Und deswegen wollen wir das auch machen, denn wir können damit dann vielleicht auch diese Beachtung erreichen und diese Prominenz. Wir können uns gegenüber anderen Menschen beweisen, profilieren, abheben. Das sind Gedanken, die wahrscheinlich nicht jeder, wenn er sich so einen Film anschaut, haben wird. Die wenigsten würde ich jetzt mal sagen. Aber Leute, die gerade so auf diesem Sprungbrett stehen, die sagen, okay, ich will mal wieder was Neues ausprobieren, ich will was Neues lernen. Und dann sehen sie sowas. Da gibt es viele Leute, die dann im Kino sitzen und danach sagen, das will ich auch machen. Und dieses, das will ich auch machen, das führt dann zu einem im langfristigen Sinne gedacht, zu einem ganz komischen Lauf, zu einem, einerseits einem Wettlauf natürlich, mit sich selber oder gegen sich selber, aber auf der anderen Seite führt es vor allen Dingen zu einem seltsamen Verlauf der Entscheidungen in der Zukunft. Und das kann ich deshalb beurteilen, weil Leute, die sich solche Filme ansehen, dann oftmals oder gerne mir schreiben, so, ich würde ja jetzt auch gerne anfangen, Eis zu klettern. Also gerade nach dem The Alpinist Film kamen ein paar Nachrichten auf mich zu, wo überwiegend jüngere Leute gesagt haben, boah, ich möchte jetzt auch Eisklettern. Oder ich fange jetzt auch an mit Eisklettern. Das war jetzt so cool, das sah so cool aus, ich will auch mit Eisklettern anfangen, kannst du mir da einen Kurs empfehlen oder kannst du da empfehlen, wie hast du das gemacht und so weiter. Und das ist etwas ganz Komisches, denn diese Projektion von einer ganz anderen Person an einem ganz anderen Ort, in einer ganz anderen Situation auf sich selbst und zurück, umgekehrt, die umgekehrte Projektion, sich selbst in dieser Situation zu projizieren, um sich dann in weiterer Folge vielleicht als etwas Starkes im Alpinismus zu sehen oder sonst was, das führt dann dazu, dass ein sehr natürlicher Werdegang eines Bergsteigers einfach übersprungen wird. Wir lassen einfach diese Dinge links liegen, die um uns herum sind, die wir um uns herum finden und die Möglichkeiten sind, um etwas Interessantes umzusetzen oder interessante Erlebnisse zu haben, weil sie vielleicht nicht so cineastisch sind. Die Menschen fliegen heute viel lieber nach Patagonien, um dort Felsklettern zu gehen oder fahren in die Dolomiten, anstatt dass sie vor ihrer eigenen Haustüre die Berge besuchen, die Kletterfelsen suchen und dadurch dann letztlich an einem Mehrwert haben, einen sportlichen Mehrwert, einen Mehrwert im Erlebnis, aber das reicht heute einfach oftmals nicht und ich glaube persönlich, dass das an den Bildern liegt, die großteils durch solche Filme irgendwie suggeriert werden. Es ist eine Faszination, aber das Gefährliche haben wir natürlich immer noch nicht besprochen und dazu möchte ich gleich noch kommen, aber ich möchte diesen einen Punkt noch abschließen, indem ich sage, wir sind natürlich immer interessiert daran, was auf anderen Orten der Welt so passiert, was dort passiert, wie sieht das alles aus. Aber ich habe mich neulich, und das muss ich sagen, da hatte ich jetzt eine Geschichte in der Familie, die hat mich dann selber da nochmal auf diesen Gedanken gebracht und ich fand das dann, im Nachhinein hat mich das noch viel länger beschäftigt, nämlich ein Gespräch innerhalb der Familie, da ging es darum, Urlaub sieht nie so schön aus, wie es im Fernsehen aussieht. Wenn man in die Urlaubsdestination fährt, ist das meist alles deutlich, ja, unspektakulärer, deutlich uninteressanter, alles deutlich langweiliger, als die Aufnahmen, die man im Fernsehen sieht. Und dann kommt man immer mit so einer gewissen Enttäuschung aus dem Urlaub zurück. Und ich habe dann, die Unterhaltung war sehr interessant, und dann habe ich mich noch so ein bisschen über diese Idee unterhalten, wie man Dinge eigentlich darstellen kann, um sie interessant zu gestalten und was die Ziele dieser Firmen sind, die versuchen, das darzustellen und dass die Ziele gar nicht wirklich in Einklang mit dem stehen, was die Ziele der Destinationen selbst vielleicht sind. Und da haben wir uns dann über unterhalten, das war ein sehr aufschlussreiches Gespräch und vor allen Dingen habe ich das dann im Nachhinein noch auf den Alpinismus für mich übertragen und auf die Berge vor allen Dingen, weil es ja eben immer mehr Bergfilme gibt, Dinge, die es ja früher nie gab oder sehr, sehr selten gab. Einmal alle paar Jahre hat der Reinhold Messner mal wieder irgendwie mit einer, in einer Co-Produktion mit jemandem einen Film rausgebracht oder so. Aber heute erscheint, ja, ich sage jetzt mal, einmal im Monat sieht man irgendwo auf YouTube oder im Fernsehen immer einen Bergfilm. Man sieht ständig Bergwelten, hochwertigst produzierte Videos, jedes Mal über einen anderen Berg, jedes Mal über andere Geschichten. Das ist schon, da rieseln wahnsinnig viele Eindrücke auf uns und wir können die eigentlich als jemand, der vielleicht am Anfang seines Schaffens und seines Tuns steht, überhaupt nicht richtig einordnen. Weil wir haben ja überhaupt keinen Bezug zu irgendwelchen Vergleichen. Wer nicht auf dem Großglockner stand, kann ja nicht wirklich einstufen, wie viel schwerer oder leichter das jetzt ist, als der Mount Everest. Wenn ich noch nie in meinem Leben einen Berg bestiegen habe, dann kann ich nicht sagen, ob jetzt die Zugspitze schwer oder leicht ist. Sagen wir es so. Also wir brauchen ja immer einen gewissen Maßstab, immer ein gewisses Verhältnis. Und dann sehen viele Leute dieses neue Bild, diese wahnsinnigen Eindrücke und schauen dann auf ihre eigenen Berge vor der Haustür und erkennen diesen Mehrwert darin gar nicht. Und ich sehe mich in dieser Aussage auch selbst ein bisschen, denn es ist eine kleine Krankheit, vielleicht mag es auch eine Berufskrankheit sein, aber es ist auch die Krankheit des Wohnens in den Bergen, dass du eigentlich für die eigene Haustür überhaupt keine Faszination mehr empfindest, wenn du mal ein oder zwei oder drei Jahre hier sitzt. Und das kann man dann nicht abstempeln, als der hat kein Interesse an den Bergen, sondern das muss man dann abstempeln als die logische Konsequenz der Gewohnheit. Und anders ist es aber auch, wenn man sich zum Beispiel die Berge dann wirklich ins Verhältnis setzt, obwohl man das vielleicht gar nicht kann. Wenn jemand, der wenig Erfahrung in den Bergen hat, der vielleicht erst einmal oder zweimal, vielleicht auch meinetwegen dreimal eine Hochtour gemacht hat, dann wenn der dann Bilder sieht aus Alaska, vom Denali oder von anderen großartigen Bergen in Amerika, in Nordamerika grundsätzlich, nicht nur Alaska, sondern halt auch die USA oder Kanada. Wenn man dann da Bilder sieht und dann schaut man sich die Berge um sich herum an und dann denkt man sich, das ist doch nichts, das ist doch nichts wert, was wir hier machen. Das ist ja dort viel, viel cooler. Da werden sogar Filme drüber gedreht. Aber jetzt muss man auch wissen, dass sich das die Leute in Amerika ja auch denken. Die Leute in Amerika sehen Filme über die Marmolada, über den Mont Blanc, die denken sich genau das gleiche Wahnsinn. Was wir hier in Amerika haben, das ist ja nichts. Die Leute in Europa, schaut euch das mal an, Grand Jorras, unfassbarer Berg, die Agi di Medi, die haben da ein Haus mitten in den Felswand reingestellt. Auf den Mont Blanc und der Kühl, Wahnsinnsberg, unfassbare Spitzen, Ausladen, Teufelsgrad, immens, immens interessante Kletterei, so ein starkes Mixed-Gelände, so wenig Schnee, das denken sich die Nordamerikaner. Und wir denken uns, naja, ist halt der Teufelsgrad, ja, ist schon spitz, aber schaut doch mal nach Alaska. Und genau diese Absurdität, die muss man sich erstmal bewusst werden. Da muss man erstmal drauf kommen, dass das ja absurd ist. Denn wir müssen unsere eigene Haustür wieder viel mehr aufwerten und sollten vielleicht auch aufhören, das Ausland und das, was man im Ausland so erreichen kann, als höherwertige Leistung zu definieren, als das, was man bei uns so machen kann. Ich merke das auch an mir selber und wenn ich Gespräche führe, wenn dann Leute sagen, wenn ich dann sage, okay, ich bin jetzt im Januar, ich weiß noch nicht, wo es hingeht, irgendeine Expedition wird cool, es geht vielleicht nach Argentinien oder nach Patagonien, vielleicht aber auch Pakistan oder Tansania, irgendwie sowas in die Richtung, ich weiß es noch nicht, Kenia, da sagen die Leute, was, Wahnsinn, spektakulär, cool, unfassbar, erzähl mir was davon, was hast du vor und so weiter, extrem. Und ich denke mir nur, aber ganz im Ernst jetzt, es gibt sehr viele Dinge, die man hier machen kann, die sehr viel spannender und spektakulärer sind, als das, was ich im Januar dann in Patagonien oder in Argentinien oder in Pakistan oder sonst wo mache. Das sollte man schon, das sollte man schon klarstellen. Da gibt es schon sehr viel interessantere Sachen hier bei uns. Ich mache es, weil ich einfach mal Lust darauf habe und mal was Neues sehen möchte und so weiter, aber viele Leute, die ja wenig Erfahrung bei uns gesammelt haben, die stellen einfach das Ausland und so ausländische Möglichkeiten und ausländische Berge sehr schnell mal in so ein großes Licht, weil sie sie halt auch nur aus Filmen kennen. Wenn man einen Film über den Großglockner sieht, da kann man, da sieht man imposante Bilder. Wenn man sich diese Bergauf, Bergab Episode über den Großglockner beim Stühdelgrat da anschaut, Wahnsinn, was das für Bilder sind. Unfassbar. Also wirklich schön, wirklich spektakulär, ausladend, gefährlich, kalt, wirklich exponiert und wenn man ihn aber selber kennt, dann denkt man sich das nicht mehr. Dann sieht man diese Bilder und denkt sich, ja, da war ich auch schon. So, oder ja, die Stelle ist halt irgendwie ein bisschen ausgesetzter. Aber diese ganze, diese ganze Faszination, die geht dann natürlich verloren, weil man plötzlich ein klares Bild sieht zwischen, was ist eigentlich die Realität und vor allen Dingen, welche Emotionen sind mit der Realität verknüpft und was suggeriert das Fernsehen, was suggeriert das Bewegtbild, egal wo man es jetzt konsumiert, ob das jetzt Streaming ist oder YouTube oder im Fernsehen einfach. und genau diese Differenz oder diese, also die Differenz zwischen die Erfahrung haben und nicht haben, die führt in ganz vielen Fällen eben dazu, dass eine gewisse Faszination entsteht dafür und man, dieser Faszination natürlich, der folgt irgendein produktiver Gedanke meistens und hier wird es eben jetzt gefährlich. Viele Leute sagen, ich fange jetzt an zum Eisklettern, weil ich, ich habe neulich so einen Film gesehen, also das sagen sie leider sehr selten, weil das wäre sehr ehrlich und ehrlich sind halt leider nicht mehr viele Leute, aber da sagen dann die Leute oder sie denken sich, oh da habe ich jetzt so einen geilen Film gesehen, die Alpinist, ich will auch so Eisklettern, das sind voll die extrem genialen Aufnahmen und so weiter, obwohl man natürlich bedenken sollte, dass wenn man selber in der Situation steht, dann wahrscheinlich keiner um einen herumfliegt mit einer Drohne und dann coole Aufnahmen macht und vor allen Dingen in dem Moment steht man ja selber in der Situation, man sieht diese coole Aufnahme von sich ja nicht, sondern man ist erstmal mit Überleben beschäftigt, also das muss man ja auch nochmal, das sollte man sich ja auch vielleicht klar machen und das sollte man vielleicht auch viel mehr verdeutlichen, das wäre auch so ein Fall für Medienkompetenz eigentlich, dass man beim Konsum vielleicht auch daran denkt, dass die Darstellung etwas ganz anderes ist als das Produzieren, also das sehe ich auch bei mir selber, alles was ich produziere ist ja viel langweiliger und unspektakulärer, als wenn man sich dann vielleicht ansieht, das sind einfach zwei verschiedene Welten, aber ich komme gerade so ein bisschen vom Thema ab, jedenfalls gehen halt dann die Leute dahin und sagen, ja so, boah das sieht so cool aus, boah, ich mache das jetzt auch, ich fange jetzt auch an mit Eisklettern und ich fange jetzt auch an mit Klettern und ich fange jetzt also mit Felsklettern und ich fange jetzt auch an mit Bergsteigen und ich will da auch hin, ich will da auch solche faszinierenden und spannenden Sachen machen und dadurch, dass in diesen Filmen oftmals, nicht immer, aber oftmals nicht der Weg gezeigt wird, wie viele Jahre vergangen sind, bis man sich auf Dinge vorbereiten konnte, bis man bereit war, sich auf Dinge einzulassen und dann sie auch sicher zu bewältigen, da sicher ist ein ganz wichtiges Stichwort in dem Fall, diese ganze Zeit, die wird nicht gezeigt, das heißt, die Leute haben einen Erfahrungsschatz X und haben Ziel X plus 100, um das jetzt mal mathematisch auszudrücken, und sagen sich, okay, wenn ich jetzt anfange, dann bin ich eigentlich nächste Woche spätestens in zwei bei X plus 100, bei dem Level der, des Films, sage ich jetzt mal, oder des Videos und dieser ganze Weg dazwischen, der wird dann versucht zu überspringen, denn er wird ja auch nicht gezeigt innerhalb dieses, dieses Ökosystems des Bewegtbilds und genau da lauert für mich die Gefahr, die viele Leute in den nächsten Jahren auch treffen wird und ich glaube, viele Leute und auch viel dieses Überschätzens, was ja auch sehr gerne ausgeschlachtet wird in den Medien, ach, da hat sich mal wieder ein Bergsteiger überschätzt, oh, da ging er im Winter auf den Watzmann oder bei Schneefall auf den Watzmann und ist dann verschwunden, ach, der verantwortungslose Honk, der hat sich mal wieder überschätzt oder der hatte keine Ahnung und keine Erfahrung und so weiter, das hören wir dann alles die ganze Zeit und dann beleidigen wir diese Menschen, die davon betroffen sind, aber warum beleidigen wir eigentlich nicht die Menschen, die dafür verantwortlich sind, dass solche Ideen überhaupt erst entstanden sind, warum machen wir eigentlich die Menschen für ihren Tod verantwortlich, die nur das getan haben, was ihnen zuvor, ein paar Wochen vorher in den Medien gezeigt wurde, dabei rede ich jetzt von sozialen Medien, von Film, von Kino, von YouTube, von Nachrichten, von Bergauf, Bergab, von sonst was, diese ganzen Filme stellen Auszüge einer Wirklichkeit da, aber niemals die Wirklichkeit selber und da begeben sich sehr viele Menschen in sehr große Gefahren, überleben meistens übrigens, sie wissen nichts von ihren extrem großen Gefahren, aber wir Menschen haben sehr viel Glück und die Berge sind nicht immer abscheulich, wir haben oftmals das Glück, dass wir Situationen überleben, ohne dass wir wissen, dass wir in einer riskanten Situation waren, das passiert, aber das können wir eben nicht beurteilen als darin steckende Personen, weil sonst wüssten wir es ja, also wir sehen diese ganzen Bilder, wir sehen diese ganzen Eindrücke und haben das Gefühl, wir müssen das auch machen, wir wollen das auch machen, wir sehen den Weg dahin nicht und dann begeben wir uns auf den gleichen Weg wie die Leute in den Filmen, weil es kann ja wohl nicht so schwer sein und gerade das fand ich zum Beispiel auch bei diesem Film von Patagonia, von dem neuesten Film Scale of Hope sehr spannend, natürlich ist es ein sehr politischer Film, das ist ein Film, der sich viel mit dem Klimawandel beschäftigt und so weiter, aber wenn wir jetzt nur diese bergsteigerische Komponente mal rausnehmen, da ist eine Frau, die sagt, ja sie will jetzt endlich mal bergsteigen gehen, sie hat so wenig Zeit dafür, weil sie im weißen Haus arbeitet und so weiter und jetzt geht sie dann, jetzt geht sie dann erstmal eisklettern und dann lernt ihr eine, eine Profibergsteigerin, lernt ihr dann das Eisklettern oder zeigt sie einfach so ein bisschen von einem zugefrorenen Bach und der nächste Cut ist im Prinzip, was das Bergsteigerische betrifft, dass sie dann in Alaska unterwegs sind, zu zweit und da die schwersten Touren gehen und dazwischen, genau, dazwischen gab es noch eine Tour, wo sie im Vorstieg ein Wasserfall hochgeklettert ist. Ich möchte der Frau dafür ja gar keine Vorwürfe machen, aber es wird natürlich viel geschnitten, es gibt natürlich ein Drehbuch, es gibt natürlich ein Skript, an das sie sich ungefähr halten, ein Sketchbook, in dem quasi ungefähr steht, wie viel Zeit haben wir für diesen Film, wie wollen wir es spannend halten, wie wollen wir es knackig und frisch halten und genau daran hält sich dieser Film dann letztlich, was dazu führt, dass eben viele langweilige Situationen wie panisch in der Eiswand stehen, Angst haben, dass irgendwie jetzt gleich was ausbricht und dabei versuchen, panisch eine Eisschraube reinzudrehen, weil man Angst kriegt und weil man nicht mehr weiter weiß und weil es zu schwer wird und dann hängt man da erstmal eine halbe Stunde, bis man weiterkommt, das sieht man ja nicht so ungeschnitten und auch die ganzen Prozesse des Lernens, dieses, wie schlage ich eigentlich einen Pickel richtig ein, wie kann ich Kraft sparend daran gehen, wie lang ist eigentlich 200 Meter Höhenmeter Eis, ist das anstrengend oder nicht, dieses stufenweise Vorarbeiten, das sieht man nicht, aber das machen diese Menschen alle, das Problem ist nur, wenn wir das sehen und eben nicht sehen, quasi den Prozess nicht sehen, dann glauben wir, dass diese Menschen das auch einfach so sprunghaft gemacht haben und so sprunghaft damit anfangen konnten und genau hier entstehen diese gefährlichen Situationen und dass das nachgeahmt wird, das kann ich belegen, dafür habe ich Belege, dafür habe ich unzählige Nachrichten, die sagen, gerade nach diesen Eiskletterfilmen jetzt dieses Jahr, ich habe mit dem Eisklettern angefangen, weil ich habe da coole Videos gesehen und ich wollte das auch machen, aber wie haben diese Leute dann angefangen, da sind Leute zweimal Eisklettern gegangen und dann haben sie gesagt, sie gehen jetzt in die Großglöckner Nordwand und dann gehen sie, dann fahren sie nach Chamonix und machen dort irgendwelche Nordwände, weil da ist es ja noch viel spannender und da kann man Mixed Klettern auch und ich habe ja schon mal Steigereisen am Fels benutzt und so weiter, diese ganzen Zwischenschritte, die werden überhaupt nicht mehr gesehen, da fehlt die komplette Wahrnehmung dafür und das ist schlichtweg gefährlich für die Menschen selber, aber ich bin der Meinung, dass wir dafür diese Leute nicht zu 100% in Verantwortung nehmen sollten. Natürlich handeln diese Leute eigenverantwortlich, aber sie sind angetrieben von einer Motivation, die durch etwas entstand, was andere Menschen produziert haben und darüber sollten wir reflektieren. Wir müssen das nicht verurteilen, dass solche Filme existieren und dass solche Filme, ich sage jetzt mal, nicht vollständig und sozusagen im Sinne einer Lehrmeinung präsentiert werden. Das finde ich, ist nicht unbedingt kritikwürdig. Vor allen Dingen, wenn sie nicht als Lehrfilme, sage ich jetzt mal, deklariert werden. Aber die Tatsache, dass das eben der Effekt ist, dieser Verantwortung müssen sich die Produzenten auch bewusst sein und müssen das irgendwie in ihre Produktion einbauen. Und ich sage nicht, dass ich weiß wie, aber ich sage ganz ehrlich, das ist auch nicht meine Aufgabe, das ist eure Aufgabe, da eine gewisse Klarheit zu schaffen, dass schöne Bilder nicht die ganze Wahrheit sind. Die ganze Wahrheit steckt in vielen Herausforderungen, in vielen Problemen, in viel Angst, in viel Neuem, in viel Schwierigkeiten, in vor allen Dingen auch viel Geld. Das alles wird gerne irgendwie vergessen. Und das sollte man vielleicht eher berücksichtigen, denn wenn ich in den Nachrichten höre, dass jemand versucht hat, im Winter auf den Watzmann zu gehen oder im Winter versucht hat, dieses oder jenes zu probieren, dann denke ich auch immer an das eine oder andere Video oder an den ein oder anderen Film, der sie vielleicht dazu inspirieren hätte können. Und Inspiration ist etwas, wie gesagt, für die Konsequenzen und für die Folgen sind wir immer selbst verantwortlich. Das ist etwas, da kann man sich gar nicht drüber streiten. Natürlich, wenn man erwachsen ist, dann muss man eine gewisse Distanz zu einem Film und zu einem Bewegtbild aufbauen. Aber wir sind auch alle nur Menschen. Wir lassen uns mehr oder weniger auch gerne zu Dingen hinreißen. Wir lassen uns gerne verführen. Und diese Filme neigen dazu, einen verführen zu wollen. Denn sie wollen einen ja bei der Stange halten. Sie wollen ja Eindruck schinden. Und genau diese herstellenden Firmen, die solche Videos oder auch Filme produzieren, gerade die, die sind ja noch mehr durch diese, ich sag jetzt mal, belastet. Die sind ein bisschen belastet dadurch, dass sie ja verkaufen wollen. Sie wollen ja Werbung für sich als Hersteller machen. Und da sind natürlich imposante Bilder immer etwas interessanter als der langweilige Wald- und Wiesenhügel. Also, diesen Unterschied, diesen großen Unterschied zwischen wir sind neue Bergsteiger und wir sehen viele Videos, weil wir sind medienkompetent, wir sind junge Leute und dem, okay, aber wir haben in der Praxis noch nicht so viel Erfahrung gesammelt. Diese Kluft, die da aufgeht, die darf nicht übersprungen werden. Da darf keine Leiter drüber gelegt werden, sondern da muss man durch, da muss man viele Jahre üben und viele Jahre versuchen, sich weiterzuentwickeln und über, aus seiner Komfortzone rauszukommen und über seine Grenzen hinaus zu gehen, Schritt für Schritt. Aber wie Reinhold Messner schon mal sagte und ich finde, auch wenn das eine kritische Person ist oder eine kritikwürdige Person jedenfalls, dann finde ich dieses Zitat trotzdem passend. Wenn man sich vornimmt, dass man noch nie einen Berg bestiegen hat, aber wenn man sich dann vornimmt, morgen auf den Eiger zu gehen, übermorgen irgendwo in der Grand Chorasse am Walker-Pfeiler hochzulatschen und dann im Nanga Parbat in der Rupal-Wand zu stehen, dann wird man spätestens nach dem Eiger nicht mehr am Leben sein. Und ich finde, das ist ein guter Ansatz, dieses Rushen, dieses so schnell wie möglich irgendwo hinlaufen, einem Ziel hinterherlaufen, alles zu überspringen, was nicht Rang und Namen hat. Immer nur dem hinterherzulaufen, was wirklich alle Leute kennen, damit man sagen kann, oh, man war am Eiger, oh, man war am Matterhorn. Ich war übrigens in meinem Leben noch nicht am Matterhorn und ich werde es auch niemals sein. Das kann ich versprechen, denn es ist einer der unattraktivsten Berge, also über den Normalweg, den es gibt. Und ich finde das eine keine schöne Tour. Aber bin ich deswegen weniger Alpinist und weniger Bergsteiger, weil ich noch nie auf dem Matterhorn war und weil ich auch nie da hochgehen werde? Nein, es ist vollkommen egal. Aber genau diese wichtigen Keypoints, die setzen sich viele Leute und diese Keypoints entstehen übrigens auch dadurch, dass Matterhorn, der Eiger, der Nanga Parva, der Mount Everest, der Denali, was für Berge auch immer, die entstehen vorrangig dadurch, dass es vorher irgendjemandem gegeben hat, der im Internet dadurch berühmt wurde, dass er auf diesen Berg über irgendeinen speziellen Weg gegangen ist. Dann kommen die Leute darauf, dass sie diesen speziellen Weg vielleicht nicht wiederholen können, weil sie dafür nicht stark genug sind oder weil sie dafür nicht erfahren genug sind. Dann gehen sie über den Normalweg und kompensieren das dann quasi dadurch und dann stehen die Leute auf dem Matterhorn. Alle Leute, die die Matterhorn-Nordwand bezwingen, die sind irgendwo berühmt oder im Internet, die können sich mehr oder weniger gut veröffentlichen, weil sie eben dann extrem starke Bergsteiger sind und dann sagen alle, okay, Matterhorn betrachten aber nicht, dass die Nordwand dieser Faktor ist, der sie so interessant macht und gehen halt dann über den Normalweg hoch und dann ist es eben, boah, Wahnsinn, Matterhorn war jetzt auch oben. Also diese, da gibt es eine Kluft und wir können die nicht einfach überspringen. Wir sollten als Bergsteiger Schritt für Schritt Erfahrungen machen und diese Schritte werden im Film, in diesen wahnsinnig faszinierenden und eindrucksvollen Filmen, die wirklich schön sind und toll sind, diese Erfahrungen werden da nicht gezeigt, aber sie existieren und sie suggerieren aber, dass diese Erfahrungen nicht gemacht wurden und dass es so einfach ist, wie es sich im Film darstellt und so schnell geht. In 90 Minuten ist niemand vom Nichts zum Profi-Alpinisten geworden und das ist meiner Meinung nach wichtig. Übrigens auch nicht in 90 Tagen und auch nicht in 90 Wochen und wenn wir das verinnerlichen, dass man Zeit nicht kaufen kann, dass man sich Zeit nicht bei YouTube anschauen kann, dass man sich Zeit die man braucht um Erfahrungen zu sammeln, dass man das alles nicht sich irgendwie erschleichen kann und über Abkürzungen erreichen kann. Wenn wir uns das oder dem bewusst werden, dann können wir auch entspanntere Alpinisten werden und bessere Alpinisten denn erleben wir wieder Touren vor der Haustür die einen geringeren die geringere CO2-Emissionen verursachen, weil wir dafür nicht nach Patagonien fliegen müssen, die deutlich billiger sind, weil wir dafür nicht nach Patagonien fliegen müssen, als das, was wir eventuell nicht mal erreichen würden, wenn wir versuchen nachzuahmen, was Menschen in jahrelanger Vorbereitung versucht haben sich zu erarbeiten und dann letztlich in Bildern, im Bewegtbild sozusagen darstellen. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr konntet was aus dieser Podcast-Episode mitnehmen und ich wünsche euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Bergheil! grande %. Ich hoffe, 55